hallo leute und danke dass ihr wieder eingeschaltet hat zu einer weiteren folge let's play ls 17 auf der map silber susum ich spring gleich in den drescher und der jürgen ist auch wieder am start hallo er ist gerade wieder schön auf dem flug jetzt dies mal jetzt rasch ich ein bisschen weiter er fliegt schön weiter müsstest du hast den gps kosten mit rennen noch gar nicht okay weil er stand genau auf dem gps posten müsste es eigentlich nur anschmeißen das passt nicht ich habe was anderes im sinn ok so leute ja wir sind dabei in der letzten wir sind dabei wir in der letzten folge haben wir fleißig weitergearbeitet wir arbeiten jetzt uns auch weiter voran ich mache den rest des feldes dann wird der drescher erstmal eingemottet den brauchen wir dann erstmal fasten alles ja nicht mehr für die saison und dann gucken wir mal wenn man vielleicht in der folge oder der nächsten spätestens unsere ersten schweinchen am ruf haben so wollen wir einfach mal weiter hier machen sondern 23 mal muss ich noch hier hochfahren dann ist das auch gut aber spritt verbrauchen wird jetzt die ganzen felder einmal durchgehalten so einem tank locker weg für alle felder so gehen wir einmal rum hier so und zurück und action weiter geht's mit gps zieht da wunderbar aber wenn du manuell fährst ist der zu schwach der total zu schwach mach mal einen guten trecker nicht so schlecht was ist denn das der 611 er ist viel zu schwach zum flügen der gps der computer zieht ihn hier aber wenn manuell fährst läuft nicht das ist der harte steinige boden jürgen naja naja ausgetrocknet ist er auch hat er lange nicht mehr geregnet ja ich muss sagen bei uns im garten ist auch alles weg der grünen körper hast du habe ich habe ich dir die bilder geschickt habe ich 30 portionen gekocht und eingefroren nur zwei portionen gut auch wenn du so denkst ja gut ich weiß nicht genau wie viel wasser wir rauf gekippt haben genau wir haben seit mai haben wir ja gegossen weil es ja teilweise nie geregnet hat wenn du gut rechnen ist ich weiß nicht wie teuer das wasser im garten ist da zahlt er kein abwasser und das normale wasser ist auch nicht so teuer weil es auch kein trinkwasser direkt ist mal gucken was wir da am wasser zahlen müssen wenn ich das wasser direkt noch rechne dass ich was ich zu den kartoffeln drauf gekippt habe habe ich für 100 portion also für 30 portion grünkohl mit fleisch einlage die ja auch schon drin ist ca 90 euro bezahlt aber das geht eigentlich wie wir da wir haben wir keinen geändert so bei uns im garten ist keine paar nachbarn haben sich da ein bohren lassen aber wollen wir mal gucken da mal besser sagt bei meiner oma gewohnt habe zumalag gewohnt haben ein ob hat damals gleich im brunnen bohren lassen das war ideal aber glaube ich das darfst du auch gar nicht mehr überall aber nicht elektrisch muss alles mit der kugel machen richtig gut was das kugel und mein opa hat da so ein sohn vom fahrrad das rad ran gesetzt und da hast du so wie ein lenkrad da konntest du wunderbar drehen und dann das war dann mit holz verstärkt und da war auch noch so ein stecken dran wo du auch kurbeln konntest ne okay war nicht schlecht wo heute ist der bund nicht mehr existenz lässt sich das abgedeckt bei jahren nächstes jahr pflanze ich habe ich schon gesehen ostfriesische palmer und soll ja sowieso nicht an der gleichen stelle glaube ich für zwei drei jahre keinen grünkohl pflanzen und pflanze ich sowieso mal woanders und er sieht fast so aus wie eine wie eine sonnenblumen also wird unten dick so ein langer dicker staatenraum und oben ist halt so eine große rose die großen blätter so wie so ein kegel zum kugel die können bis 1 meter 80 groß werden muss man natürlich gut abstützen weil wenn wir klicken die gut um wir ja nicht zu nahe treten denn die dann größer wie du ich bin so knapp bestimmt über 180 ja knapp 180 so klein bin ich nicht ich hatte mal das gerade maß von 16 und jetzt bin ich nur noch einst reiner das alte hat mich gebeugt nächste woche oder so wenn wir mal zeit haben holen wir auch mal ne fuhre pferdemist den wir mal verteilen auf unseren kleinen feldern das ist gut pferdemist die haben ja damals mal kuhlung geholt das muss ich mal holen eine karre na gut fahrrad dahinter gespannt hingefahren also 15 gräben voll auf dem vorlauf haben da also ein zweieriger karren war das rein und dann nach hause geradelt abgekippt meine oma damals verteilt und ich musste mal kacheln und ich habe dafür als belohnung immer so eine tasche cola gekriegt ja und 50 50 von früher noch viel geld das ist heute also zu toll vergleichbar sag ich mal die mal liter sprit für apropos spritte sag mal ist das war bin bald bei vorbeigefahren 1 60 ja ich heute morgen wo ich meine tochter zum kindergarten gebracht habe diese 1 euro 48 bin ja fast gegen die zappel soll gelaufen ja weil sie auch gerade da mit den ganzen scheichen so und die ganzen da haben sich doch alle entwickelt da wird das wieder direkt teurer machen wir das jetzt noch das feld und dann sind wir ja auch fertig du kannst auch einen anderen trecker nehmen ja ich bin grad am holen ich hab jetzt ab die dinge kann das sein dass das mein drive control ist bei mir drin habe das ist nicht aktiv also nur die mods aktiv die ich halt drauf habe und aktiviert habe drive control ist nicht ideal das ist echt klasse jetzt könnte die drei control fahren da muss ich mich auch noch mal gut jetzt lohnt sich auch nicht mehr mit irgendwas neu einzufinden darf ich glaube ich einmal nur dann hatte ich die bremse nicht rausbekommen habe ich gleich ausgeschmissen die woche vielleicht spätestens nächste woche müsste meine spiel uhr von harry potter ankommen habe ich bei witsch bestellt mal das ist so eine kleine mini spiel uhr der drehzeit und kommt halt die melodie von harry potter aha weil ich will doch jetzt bald mit meiner tochter will ich ja mal vorlesen so ein bisschen ich war doch in köln bei der ausstellung das müsste eigentlich die gleiche sein die gleichen sachen eigentlich da da sind wir doch nach köln gefahren da war sogar vor zwei jahren drei jahren und dann ist schon her aber auch die große ausstellung in den kolosseum das waren akt da waren frau krank ich krank aber wir hatten die karten schon online bestellt weil du sonst war das immer ausgebucht für bestimmte zeiten und dann sind wir krank bin ich bis nach köln gefahren dann waren wir da da waren wir echt durch die ausstellung waren wir echt in der stunde nicht mal durch war aber schöne sachen da echt dekoration auch was da empfehlen war war echt schön und dann sind wir noch durch köln gelaufen und dann sind wir noch den kölner domo aber mit fieber das war was auch kein spaß aber ich glaube die karten haben über 100 euro gekostet deswegen da wollte ich das jetzt nicht verfallen lassen da habe ich mich auch krank hingeschleppt das war mir egal so hier sind noch 7000 drin die bringer schon mal weg also ungefähr noch mal 7000 euro passt den jetzt noch mal weg wie gesagt wir waren ja letztens haben wir in bolsburg ja fußballspiel waren schlecht gegen bayern in bayern und weißt du was in der wölfe kurve ja die wölfe kurve ist die familien kurve von bolsburg ja darfst du kein abzeichen und leben der der gegnerischen mannschaft tragen wir wollen da richtig kontrollieren muss die jacke aufmachen pullover auf und da ziehen nicht dass ich zurück oder drunter trage und steht stand auch eine selbstbedingung drin wenn sich fans sich auch wie heißt das beengt fühlen weil du zu sehr also wenn ich jetzt auf mir bayern gegründet hätte bayern und so weiter hätte der wölfe können sich einen ordner und gleich rausgeflogen aber ich habe keine anderen karten jetzt am 15 dezember jetzt gegen 96 ok das ist auch nicht so weit dann ist die saison weg ist unsere saison das training geht nächsten monat gleich wieder schon los außen ich weiß doch letztes jahr habe ich doch wann habe ich angefangen ende februar da stand ich doch im februar noch auf also im märz auf dem väter war doch noch so dick minus 9 grad aber auch bei minus 9 grad draußen trainieren und weil ich habe so geschwitzt das außen hellen das in das wie sie also in das metallgitter gefallen ist und direkt gefroren ist da hatte ich zapfen dran weiter und das stand da stand die fünf dicken in einer reihe haben gehächelt dass er aus wir gucken und zu weihnachten wünschen wir noch mal neue handschuhe weil die sind auch mal guckte zwischen 70 und 100 euro kosten die ich bin raus aus dem sportplatz 1 was mich noch interessieren würde ist das wandern dann macht mein kika über so eine krippe so wie mein vater mein vater fahrt auch mit 67 hat er angefangen und hat in den wanderclub eingetreten okay und dann ist er losgetrennt jedes wochenende war er unterwegs war mit seinem büchlein an und dann wurden dann die sachen da eingetragen er war begeistert toll und es hat ihm gut getan so dann werden wir den noch mal sauber machen und gleich mal wieder sorge war du siehst noch meine klicken klickerbocker kaufen das musst du kaufen knickerbocker was das denn jetzt keine halb und hose auch soja ich bist du bist du das knie geht jeder also ich will ja so eine hose haben aber gibt es ja nur mit dem schatz in tasien drinnen müssen ich gar nicht einmal der vorne beim platz ja also dass da paar in tasien sind aber sonst da fangen die an also ab 200 euro aufwärts ok die mit in tasien kriegst du 60 euro 08 15 dinger hier zum saufmann ziehst hier zum oktoberfest und so weiter ich will ja eine vernünftige haben jeder bei mir schon beim dienst umgeguckt bei jagdbedarf wir haben da aber manchester mit knickerbockern sowas geht ja noch aber ich will ja nieder und sowas kannst du höchstens also nach meinem wünschen nur an fahrt hin lassen und das ist 20 jahre wandern und das geld einzuholen das ist wirklich zu teuer so aber jürgen wir sind jetzt schon wieder am ende einer folge es gibt wenn man zu zweit wie geht das ruck zuck so leute aber ich danke euch wieder mal fürs zuschauen lasst kommentar da feedback ihr wisst es vielleicht auch mal ein abo da würde mich auch über freuen wir sehen uns in der nächsten folge wahrscheinlich sind wir dann schon weiter als alles 19 aber die folgen kommen erstmal noch mal raus ich danke euch fürs zuschauen und auf wiedersehen tschüss jürgen